Marco hat 116.300 Euro in P2P-Kredite investiert. Er ist gestern 17 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch, lieber Marco. Als Geburtstagsgeschenk bringe ich ihn zum Weinen. Ich röste sein Portfolio von allen Seiten so richtig durch. Dafür schaue ich mir die einzelnen Positionen in seinem P2P-Portfolio ganz genau an. Aber bitte, bitte denkt dran. Dieses Video ist natürlich keine Anlageberatung, sondern die Nutinformation. Alle Inhalte können komplett falsch sein. 116.300 Euro sind ein stolzes P2P-Portfolio. Ich könnte dir das Portfolio jetzt sofort zeigen und die einzelnen Positionen gezielt durchgehen. Das wäre in meinen Augen aber komplett falsch. Jedes Finanzprodukt hat seine eigene Risikoklasse. Wirecard mag zum Beispiel für Sörens Spekulativanleger eine spannende Aktie sein. Für Bruno Bausparer ist sie das definitiv nicht. Die Attacken der Short-Seller sind eine viel zu große emotionale Belastung für Bruno. Irgendwann wird der Wirecard wegen dieser Belastung panikartig verkaufen. Sörens Spekulativanleger hingegen wünscht sich genau diese Belastung, da er bewusst höhere Risiken eingehen möchte. Deshalb schaue ich ihm bei diesem Roast zuerst Marco als Person an. Die erste Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, lautet Wie kann ein 17-Jähriger mal eben 116.300 Euro in P2P-Credit investieren? Das ist der blanke Wahnsinn. Selbst mit 71 Jahren träumen viele Investoren von solchen Summen. Und dann haut ein Teenager mal eben über 100.000 Euro für P2P-Credit raus. Hier kommt Markus' Geschichte. Alles begann letztes Jahr, als ich mit der Ausbildung bei der Bank begonnen habe. Ich habe mich da schon seit längerem für alternative Investmentmöglichkeiten interessiert. Am meisten sprang mir da auch P2P ins Auge. Und da ich nicht wusste, was ich groß mit meinem Gehalt machen sollte, habe ich gleich 500 Euro halt von meinem Gehalt investiert, von meinem Ersten in Middoss. Und das lief dann halt über meinen Opa. Als mein Vater dann am nächsten Tag erfahren hat, was ich da gemacht habe, hat er direkt gefragt, wie dieses Investment funktioniert. Und ich habe ihm das halt erklärt, das P2P-Business. Am nächsten Tag fragte er dann, mein Sohn, hättest du Lust, 100.000 Euro von meinem Kapital zu verwalten? Ja, nach kurzem Überlegen war mir klar, warum nicht? Das ist doch die Chance, ein bisschen Erfahrung zu sammeln in dem Business. Und mit so einem großen Volumen lässt sich deutlich mehr investieren und deutlich diversifizierter. Nebenbei sprangen mir dann nochmal 1.000 Euro raus. Das hat er mir dann direkt gegeben. War so mein kleines Gehalt, was ich dann bekommen habe. Marco hat also letztes Jahr seine Ausbildung bei der Bank begonnen. Er hat 500 Euro von seinem ersten Gehalt investiert. Gut gemacht, Marco. Das ist vorbildlich. Allerdings stecken zwei Fehlerteufel in dieser kurzen Geschichte. Erstens. Marco hat seine Ausbildung gerade erst begonnen. Mit 17 Jahren überschätzt er vermöglich sein finanzielles Know-how. Diesen Fehler machen sehr viele neue Anleger und auch sehr viele junge Anleger. Zweitens. Marco hat letztes Jahr 500 Euro investiert. Das ist super. Gut gemacht, Marco. Die Betonung liegt hier aber auf dem Wörtchen letztes Jahr. Bis dahin hatten wir nämlich goldene Zeiten. Seit 2009 steigen die Aktienmärkte immer weiter und weiter und weiter. Die Aktienmärkte sind immer weiter in die Höhe geschossen. Aber dann kam bekanntlich die Corona-Krise. Ja, die Märkte sind in den letzten Wochen eingebrochen. Doch sie haben sich sehr schnell wiederholt. Marco aber war während dieser ganzen Zeit nicht in Aktien investiert. Er hatte nicht den psychologischen Druck, vielleicht verkaufen zu müssen. Es ist ein gigantischer Unterschied, ob man selber während einem Crash investiert ist oder sich den Crash ganz bequem und lässig von der Seitenlinie anschaut. Marco hat mit seinem 500 Euro Investment in Mintos positive Erfahrungen während dieser Crashzeit gesammelt. Es kann also sein, dass er eine gewisse jugendliche Naivität mitbringt und P2P-Kredite viel zu positiv einschätzt. Ich kenne Marco nicht persönlich, sondern habe nun Facebook mit ihm geschrieben. Vielleicht ist er mit seinen 17 Jahren bereits ein abgebrühter und knallharter Kapitalist. Wer weiß. Ich persönlich wäre aber froh gewesen, wenn mir damals jemand meinen Kopf gewaschen hätte. Dann hätte ich viele Fehler nicht gemacht. So viel dazu. Ich finde es sehr spannend, dass Marco für seinen Vater mal eben 116.000 Euro anlegt. Natürlich habe ich nachgebohrt und wollte mehr Infos dazu haben. Ich persönlich habe jetzt ein Monatsgehalt als finanzielle Rücklage. Bei meinem Vater, da musste er sich keine Sorgen machen eigentlich um die finanziellen Rücklagen. Wir werden also das Geld jetzt nicht dringend benötigen. Falls irgendwas passieren soll, da haben wir vorgesorgt. Marco selber hat eine finanzielle Rücklage von einem Monatsgehalt. Das ist gar nichts. Für seinen Vater spielt Geld aber kaum eine Rolle. Da sind anscheinend genug Reserven vorhanden. Das relativiert die 116.000 Euro etwas. Ich weiß nicht, wie viel Markus' Vater besitzt. Aber rein von der Wortwahl her tippe ich auf siebenstellige Vermögenswerte. Bei 1 Million Euro wären 100.000 Euro nur ca. 10%. Jetzt kennst du Markus' Background. So als kleiner Tipp am Rande. Wenn du dein eigenes Portfolio analysierst, solltest du ausführlich über deinen eigenen Background nachdenken. Wie gesagt, das Depot muss unbedingt zum Anleger passen. Kommen wir nun zu Markus' Strategie. Zu meiner Strategie. Also ich investiere in europäische Verbraucherkredite mit 6 Monaten Laufzeit. Die haben ein Rating von A bis B minus. Also hauptsächlich konservativ aufgrund dessen, dass ich ja nur das Geld von meinem Vater investiere. Ich habe bis jetzt nur in P2P-Kredite investiert. Als nächstes sind Bitcoin-Aktien dran. Meine zu erwartende Rendite sind 10.000 Euro für dieses Jahr. Also 10%. Und ob ich Bedenken habe, ob es einen Totalverlust gibt. Also ich hoffe nicht, dass es zum Totalverlust kommt. Ich sehe das auch als sehr unwahrscheinlich an. Aber ich hoffe, dass es niemals so weit kommt. Markus' Strategie baut also auf drei Punkten auf. Erstens. Er investiert in europäische P2P-Kredite. Zweitens. Dabei setzt er auf ein hohes Rating, um das Risiko zu senken. Und drittens. Marco wünscht sich eine Rendite von 10%. Ich analysiere jetzt, ob er diese drei Punkte mit seinem jetzigen Portfolio erreichen kann. Marco hat 116.300 Euro auf zwei P2P-Plattformen aufgeteilt. 10.400 Euro stecken in Twino. Das ist eine lettische P2P-Plattform. Der Löwenanteil seines Geldes hat er in Mintos investiert. Dort liegt ein verdammt großer Brocken von 105.900 Euro. Marco setzt also auf zwei lettische P2P-Plattformen. Mit Aktien wäre diese Strategie ein finanzieller Selbstmord. Das komplette Geld in zwei Aktien zu stecken, ist ein viel zu großes Risiko. Denkt zum Beispiel Nokia zurück. Einst waren sie Weltmarktführer. Heute dümpelt die Aktie im Tal der Tränen herum. Das kann mit jedem Unternehmen auf dieser Welt passieren. Daher sollte man sein Geld in wenigstens fünf Unternehmen investieren. Ich persönlich finde 10 bis 15 Aktien absolut ausreichend. Wenn man mehr kauft, kann man auch gleich auf ETF setzen. Marco setzt sein Geld also auf zwei P2P-Plattformen. Aber das ist eine Farce. Er hat mehr als 90% seines Geldes in Mintos investiert. Marco setzt also eigentlich nur auf eine einzige P2P-Plattform und das ist Mintos. Ich finde das gut. Bei Aktien wäre diese Strategie finanzieller Selbstmord. Bei P2P-Plattformen finde ich diese Strategie genau richtig. Es macht absolut keinen Sinn, sein Geld auf 10 oder 20 P2P-Plattformen zu verteilen. Es gibt leider sehr viele schwarze Schafe in der P2P-Welt. Kitzal oder Investio lassen grüßen. Bei P2P-Krediten würde ich mein Geld nur in die größten Marktführer investieren. Und das sind vor allem Mintos und Bondora. Ich finde es deshalb gut, dass Marco auf den Big Player Mintos setzt. Mintos bietet im Vergleich zu Bondora eine Besonderheit. Bondora vergibt die Kredite selber. Mintos kannst du eher als Vermittler ansehen. Du investierst dort in P2P-Kredite von 70 Kreditgebern. Deshalb bist du bei Mintos deutlich breiter als bei Bondora diversifiziert. Bei Bondora vertraust du nur auf Bondora. Mintos hingegen ist ein Kreditgebermarktplatz. Du kannst dir dort aus 70 Kreditgebern die besten Kreditgeber für dich heraussuchen und so dein eigenes P2P-Portfolio zusammenstellen. Bevor ich dir Marcos Portfolio zeige, habe ich eine kurze Bitte. Like das Video, wenn du mehr Depot-Roasts wie diesen sehen möchtest. Jeder Like und auch jedes Abo hilft mir und meinem Kanal enorm weiter. Und hier kommt Marcos Portfolio. Marco setzt auf ca. 20 Kreditgeber bei Mintos. Der andere P2P-Platt von Twino macht 9% vom Portfolio aus. 91% des Portfolios entfallen also auf Mintos. Deshalb fokussiere ich mich ab jetzt nur noch auf Mintos. Insgesamt setzt Marco auf 19 Kreditgeber. Er investiert nur in Kreditgeber mit einem Rating von A bis B Minus. Allerdings machen Kredite mit B-Ratings den Großteil des Portfolios aus. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ich investiere in europäische Verbraucherkredite mit 6 Monaten Laufzeit. Die haben ein Rating von A bis B Minus. Also hauptsächlich konservativ aufgrund dessen, dass ich ja nur das Geld von meinem Vater investiere. Marco investiert also bewusst konservativ. A und B hören sich auch wirklich konservativ an. Scheint zu passen. Aber schauen wir uns einmal an, wie A und B definiert sind. A ist als geringes Risiko definiert, B als moderates Risiko und C als erhöhtes Risiko. Die Risikoklasse D können wir komplett streichen, da es Ausfälle sind. Wir haben also drei verschiedene Risikoklassen. Ich würde A als konservativ, B als ausgewogen und C als spekulativ beschreiben. Marco setzt also vorwiegend auf die Risikoklasse B. Somit investiert er nicht konservativ, wie er es eigentlich möchte. Er ist eher ein ausgewogener Anleger, wenn wir rein von den Ratings ausgehen. Bei dieser Aussage musst du aber ganz vorsichtig sein. Diese Einstufung bezieht sich rein auf P2P-Kredite. Marco ist ein ausgewogener Anleger in Bezug auf P2P-Kredite. Wenn wir jetzt einmal die gesamte Finanzwelt nehmen, investiert Marco extrem spekulativ. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das Sparbuch ist vielleicht konservativ. Aber P2P-Kredite sind ein Hochrisiko-Investment. Dazu später mehr. Marco investiert also spekulativer, als er es eigentlich möchte. Er ist kein defensiver P2P-Anleger, sondern eher im Mittelfeld anzusiedeln. Das ist zwar auch noch solide, aber es geht deutlich konservativer. Das Problem liegt an dieser Aussage. Meine zu erwartende Rendite sind 10.000 Euro für dieses Jahr. Also 10%. Marco möchte 10% Rendite erzielen. Die wird er auch erzielen, wenn alles glatt läuft. Doch diese 10% erhält er nur, weil er spekulativ investiert, als er es eigentlich möchte. Es kommt noch ein verstärktes Problem hinzu. Wenn du dir dieses Schaubild ansiehst, scheint das P2P-Portfolio breit diversifiziert zu sein. Marco setzt auf 19 Kreditgeber und hat noch 9% in Twino investiert. Doch das scheint rügt. Hinter diesem Portfolio verbirgt sich ein Klumpenrisiko. Hier siehst du die Länder, in die Marco investiert. Dazu diese Aussage. Ich investiere in europäische Verbraucherkredite mit 6 Monate Laufzeit. Europa ist nicht gleich Europa. Du darfst nicht ganz Europa in einen Topf werfen. Wir haben verschiedene Wirtschaftsräume. Dann müssen wir zuerst einmal die EU nehmen. Russland befindet sich aber nicht in der EU. Ja, alle P2P-Kredite wandern nach Europa. Da hast du recht, Marco. Aber wir haben hier komplett unterschiedliche Regionen und auch unterschiedliche Interessen. Zuerst einmal haben wir Russland als eigenen Wirtschaftsraum. Die Beziehungen zur EU sind wegen der Krim-Krise und weiteren Vorfällen stark belastet. Russland grenzt zwar direkt an Lettland und Estland, aber wir können und dürfen diese Länder nicht unter einen Kamm scheren. Der nächste Wirtschaftsraum ist das Baltikum. Hier haben wir Lettland, Estland und Litauen. Die drei baltischen Winzlinge machen 36% von Marcos Portfolio aus. Das ist viel zu viel. Ich wohne aktuell in Riga und sehe die Situation live vor Ort. Der Arbeitsmarkt ist ein echtes Desaster. Anders kann ich es leider nicht sagen. Jobs gibt es höchstens noch in der IT-Branche. Die Hauptstadt ist extrem vom Tourismus abhängig und leidet bereits jetzt. Vor allem kleinere Läden müssen massenweise schließen. Ich schätze das Baltikum deutlich kriseninfälliger als zum Beispiel Deutschland ein. Das sieht man vor allem am volatilen Arbeitsmarkt Lettlands. Die deutsche Arbeitslosenquote entwickelt sich deutlich entspannter. Dann haben wir noch Polen, Großbritannien und Finnland als eigene Wirtschaftsräume. Von all diesen ganzen Ländern würde ich Finnland basierend auf dem Fitch-Rating am stabilsten einstufen. Finnland ist aber nur zu 6% in Marcos Portfolio gewichtet. Die extrem spekulativen Länder Russland, Estland, Litauen und Lettland machen 62% von Marcos P2P Portfolio aus. Lettland, Litauen und Polen haben ein Rating von A-. Bei diesem Rating kommt es stark auf die wirtschaftliche Gesamtlage an. Wegen Corona und den daraus resultierenden Folgen ist die Weltwirtschaft angeknackst. Corona könnte für Lettland und Co. verheerende Auswirkungen haben. Die Arbeitslosenquote könnte sprunghaft ansteigen. Hm, und was glaubst du, was dann passiert? Denkst du, dass die P2P-Kreditnehmer ihre Darlehen fleißig und brav und pünktlich zurückbezahlen? Nein, natürlich nicht. Denn dann wird natürlich zuerst einem P2P-Darlehen gespart. Dazu noch eine sehr wichtige Info. In Osteuropa haben wir eine hohe Anzahl an Immobilienbesitzern. In Polen wohnen 8 von 10 Menschen im Eigenheim. Deutschland belegt einen der letzten Plätze in dieser Statistik. Ich höre sehr oft das Argument, wenn die Leute keine Miete mehr zahlen müssen, können sie ihre Kredite ganz easy bezahlen. Das ist aber totaler Quark. Ja, das stimmt. In Osteuropa wohnen viele Menschen im Eigenheim. Dafür verdienen sie aber auch deutlich weniger. Und die Nebenkosten müssen auch unbezahlt werden. Unterm Strich kriegen die Menschen dort, trotz Mietersparnis, deutlich weniger Geld raus. Aber wieder zurück zum P2P-Portfolio. Auf den ersten Blick sieht das Portfolio von Marco breit und weit gestreut aus. Und er scheint konservativ zu sein. Ist es aber nicht, da es ein verstecktes Länderklumpenrisiko gibt. Das Portfolio ist also nicht konservativ, sondern leicht spekulativ. Lass ein Land wie Lettland kriseln und plötzlich steigen die Kreditausfälle rasant an. Dann ist die gewünschte Rendite von 10% völlig utopisch. Mintos bietet zwar eine Beibegarantie an, doch sie wird sehr oft falsch verstanden. Mintos selber zahlt dir gar nichts zurück, wenn der Kreditgeber pleite geht. Nicht Mintos, sondern der Darlehensanbahner kauft den Kredit nach 60 Tagen Zahlungsverzug vom Investor zurück. Das heißt, wenn der Darlehensanbahner insolvent geht, hast du Pech gehabt. Wo es nichts zu holen gibt, gibt es nichts zu holen. Gerät dein Land in wirtschaftliche Probleme, könnte das eine Kettenreaktion auslösen. Die Kreditnehmer verlieren ihre Jobs und können ihre Kredite nicht mehr bezahlen. Dadurch geraten die Darlehensanbahner unter Druck. Bei einer ernsthaften Rezession wird es jeden Kreditgeber in irgendeiner Form treffen. Da brauchen wir keine Blümchen zu malen. Die Kreditgeber mit einem schlechteren Rating werden tendenziell früher die Segeln streichen. Das hat Marco gut gemacht, indem er auf Darlehensanbahner mit einem besseren Rating sitzt. So kann er eine Krise theoretisch länger überleben. Trotzdem ist Marco von wenigen Ländern abhängig. Dieses P2P-Portfolio ist also nicht konservativ. Es ist spekulativ. Der Teufel steckt im Klummenrisiko von schwachen Ländern. Das ist so, wie wenn du dir dieses Aktiendepot kaufst. Auf den ersten Blick sehen 10 Aktien okay und solide aus. Im zweiten Blick muss ich mir in Felspalmen-Manier an die Stirn fassen. BMW, Continental, Diamond, Volkswagen sind viel zu viele Aktien aus der krisenenden Autoindustrie. Das Depot enthält auch viel zu viele Tourismusaktien. Dieses Depot ist viel zu spekulativ und krisenanfällig. Es müssten mehr sichere Branchen rein. Genau das, lieber Marco, solltest du dir auch überlegen. Hol dir mehr Länder in dein P2P-Portfolio und reduziere den Anteil an schwachen Ländern. Das ist aber wie gesagt nur meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung. Ich kann auch komplett falsch liegen. Ich persönlich würde aktuell gar nicht in P2P-Kredite investieren. Ich sehe kein einziges Argument, das aktuell für P2P-Kredite spricht. Nehmen wir das magische Dreieck der Geldanlage zu Hilfe. Der Aktienmarkt bietet aktuell deutlich höhere Renditechancen bei niedrigeren Risiken. Wenn der Kreditgeber pleite geht, ist das Geld bei Mintos weg. Fallen Aktien 10 oder 20 Prozent, ist das weniger schlimm. Langfristig auf 15 oder 20 Jahre betrachtet, liefern solide Unternehmen solide Renditen. Die Liquidität von P2P-Krediten ist ebenfalls schlecht. Aktien lassen sich jederzeit über die Börse verkaufen. Bei P2P-Krediten ist es momentan schwer, an sein Geld zu gelangen. Bondora Go & Grow wirbt doch tatsächlich noch immer mit schneller Liquidität. Das ist ein echter Witz. Vor ein paar Wochen habe ich mir am Anfang der Corona-Krise alles auszahlen lassen. Ich hatte jedoch 370 Euro in Provision vergessen. Nun zieht sich die Auszahlung dieser jämmerlichen 370 Euro schon seit Wochen hin. Das geht gar nicht. Für mich sind P2P-Kredite ein Schönwetterprodukt. Sobald die Krise überstanden ist, kann man langsam wieder einsteigen. Es geht wirtschaftlich wieder bergauf und die Leute sollten ihre Jobs tendenziell behalten. Lieber Marco, hier kommt mein Fazit für dich. Dir ist bestimmt aufgefallen, dass ich anders als die ganzen P2P-YouTuber analysiert habe. Ich bin nicht die Kreditgeber der Reihenacht durchgegangen. Ich finde das in der aktuellen Corona-Krise weniger sinnvoll, die einzelnen Länder der Reihenacht zu analysieren. Stürzt dein Land an eine schwere Rezession, während die Kreditgeber wie Dominosteine der Reihenacht fallen. Dein Depot ist nicht konservativ, wie du es gerne hättest, sondern eher spekulativ. Das liegt am versteckten Länderklumpenrisiko. So generell, 116.000 Euro hören sich nach einem Monster-Investment an. Aber das relativiert sich wohl in deinem Fall. Ich denke, dass das vielleicht 10% deines Familienvermögens oder sogar noch weniger sind. So oder so wünsche ich dir ganz viel Glück auf deinem finanziellen Weg und drücke dir beide Daumen. In der aktuellen Situation würde ich mich aber eher auf Aktien fokussieren. Das Chance-Rendite-Verhältnis ist bei Aktien oder ETFs viel besser. Ich denke nicht, dass du mit Mintos ein Totalverlust erleiden wirst. Du kannst aber locker 10.000, 20.000 Euro oder mehr verlieren. Überleg dir deshalb ganz genau, ob dein Vater wirklich ganz cool wäre, wenn du das Geld verlieren würdest. Und jetzt zu dir, lieber Zuschauer. Möchtest du, dass ich dein Depot roste? Ja genau, dein Depot. Dann schreib mir einfach eine Nachricht. Am einfachsten geht es über mein Facebook-Profil. Du findest es in meiner Facebook-Gruppe Aktien-Lounge. Wenn du es noch nicht erledigt hast, like das Video und abonniere meinen Kanal, um kein Finanztip mehr zu verpassen. Bis bald zum nächsten Video.